Zwischendurch müssen wir auch das Werkzeug reparieren. Hier, wie ihr sehen könnt, geht das eine LED nicht mehr. Zwischendurch flackert sie aber. Das war's dann. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt einmal ein bisschen zerlegen. Bevor ich mich da etwas Neues kauft, zerlege ich lieber und repariere das. Das heißt, wir lassen das einmal da, so, machen wir das einmal aus, damit wir einmal zu dem vorderen Teil besser dazukommen. Probier ich es da mit diesem Inbus. Jawohl, jetzt müssen wir das rauskriegen. So, jetzt müsste das normalerweise rausgehen, ja. Es geht nämlich nur darum, damit wir einmal, das tun wir ein bisschen lockern da. Okay, machen wir das raus da. Passt. So, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir zu dem da dazukommen. Mhm. Und da habe ich schon gesehen, dass das da irgendwie so rein ist. So, an der einen Seite einfach mal rauskriegen. Das muss man auf der anderen Seite auch noch rauskriegen. Passt. Passt. Ja, wir müssen da irgendwie dazukommen können. Das ist jetzt natürlich durch das Kabel. So. Passt. Okay. Jetzt haben wir das mal rauskriegen. Das sieht jetzt auch so aus, als würde das irgendwie wieder aufgeben. Okay. Passt. Jetzt können wir das umsteigen. So. Wir haben das jetzt da. Und wir sehen da, dass wir das Testlimpchen nicht leuchtet. Jetzt werden wir das einmal testen. Da holen wir unser Testgerät heraus. Jetzt werden wir das mal direkt an. Schilden. Modell beim Weltschilden. Da stecken wir einmal das USB an. Jetzt ist mir das Problem. Naja, es ist ja egal, weil... Jetzt wird das einmal nach oben pieken. So. Dann werden wir das... So, das haben wir geschafft. Okay. Jetzt leuchtet noch immer das andere. Passt. Das heißt, wir müssen das da rauslöten. Ja. Und ein neues Lämpchen reinlöten. Also schauen wir uns einmal eine LED. Ein Lämpchen. Wir haben den Lämpchen hergerichtet. Und da werden wir jetzt noch die Pumpe brauchen. Weil wir werden uns das erstes einmal... Gut. Das erstes müssen wir einmal... Okay. Das ist frei löten da. Okay. Wir brauchen ein Lötzinn. Okay. Wir brauchen ein Lötzinn. Wir brauchen ein Lötzinn. Ein Lötzinn. Okay. Wir brauchen ein Lötzinn. Eine Lötzinn. Passt glaube ich, so das ist recht sauber geworden, jetzt brauchen wir noch den zweiten, müssen wir auch noch da befreien. Passt. Normalerweise müsste die jetzt da... rausgehen. Jawohl, haben wir. So, wir testen sicherheitshalber noch die Lampe, ob sie geht, bevor wir sie reinsetzen. So. Ja, geht. Passt. Dann tun wir auch noch einmal sicherheitshalber die alte testen. Okay, der alte ist wirklich kaputt. Passt. Wir schneiden. Moment. Dann fährst die Länge ab. Jetzt brauchen wir die Seitenschneider. Passt. Passt. Das ein bisschen rein. Ich glaube, jetzt habe ich die andere auch abgeschossen, dann müssen wir beide auswechseln. War jetzt nicht so gut, dass ich das eingeschalten habe, glaube ich. Die hat jetzt zu Strom gekriegt, glaube ich. Okay, dann tun wir die Aucke ausgeschossen. So, dann holen wir das zweite auch noch aus. Gut, passt. Das heißt, wir machen einmal eine rein. Jetzt tun wir das einmal runter. Jetzt tun wir da einmal eine rein. Passt. Soja. Und dann holen wir unser zweite. Okay. Das tun wir gleich einmal. Passt, geht. Jetzt schauen wir mal da ab ungefähr. Passt. 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 Das sind wieder runterflügig. Passt. Passt. Aus. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen weiter machen, so, und da wird es auch, das ist wenn wir das aber so probieren. jetzt das ganze noch einmal versuchen festzuhalten so passt und jetzt da braucht man natürlich einen tropfen da drauf passt da einen tropfen drauf passt da haben wir einen größeren sogar passt so und jetzt müsste normalerweise machen wir mal eine lichtprobe gar nichts brennt da irgendwo haben wir da eine verbindung wahrscheinlich da sehe ich eben das ist immer das ding man muss aufpassen okay warum leuchtet der nicht jetzt da das gefällt mir nicht warum der noch immer nicht blöde weil er hatte gerade früher geblöde na gut wir haben ja leider noch immer das problem dass das rechte lämpchen nicht leuchtet sollte nämlich auch leuchten also noch mal messen wo andere schauen ob wir da noch nicht woanders ein problem haben das ist eigentlich mal diese kabel die witteln sich da nicht mehr so schauts was ok schauen wir mal braucht es aber da jetzt einmal zum festhalten so geht der kriegte strom kreis und do ich bin auf den fehler drauf gekommen wie ihr seht leuchtet jetzt auch das dreite lampchen ja die verbindung die hat nicht hin funktioniert nicht was habe ich gemacht ich habe einfach zwar da auch festgelötet damit es haltet aber war eben da diese leds ja längere beinchen haben das beinchen so her gebogen und da her verbunden also diese brücke die da kaputt ist mit dem beinchen sozusagen jetzt überbrückt ja und jetzt geht das wie ihr sehen könnt jetzt müssen wir das ganze wieder nur zusammen bauen fertig wieder zusammengebaut wie ihr sehen könnt funktioniert das wieder ja ja beide leds gehen wieder bin auch auf den fehler drauf gekommen ob jetzt die eine noch doch vielleicht gegangen ist naja das ist ja egal ich habe jetzt zwar frische drinnen das schon jetzt auch nicht man kann es ausschalten und einschalten wo sie gesehen vielleicht ihr schon gesehen habt auch diese plastik sind weg und deswegen habe ich da einfach mit dem schrumpfschlauch drüber getan damit ich damit man nicht zu schmerzen hat ja ja und so habe ich mir mein werkzeug wieder selber repariert und geld gespart ich möchte mich einmal bei euch abonnenten bedanken wieder es kommt ja stetig dazu auch dafür möchte ich danke sagen den neuen die dazu gekommen sind ihr habt gesehen ich habe jetzt in diesem video einmal ein werkzeug repariert was man eben braucht auch beim modellbahnbau ich hoffe es freut euch genauso und ist für euch genauso interessant wie eben die anderen videos ihr seht auch dass man eben gewisse dinge dann reparieren kann und ja man nicht unbedingt was neues kaufen muss und das wenn man ein bisschen mit löten sich auskennt ein bisschen mit elektronik auskennt die sachen zu hause hat das eben keine schwierigkeit ist das zu reparieren danke sagen möchte ich auch bei den abonnenten die dann zwischendurch doch über einen meiner links die zu amazon führen etwas bestellen nicht darum verdienen tut man damit gar nichts fast es kommen ja immer nur ein paar cent aber man muss ja laut der regel drei käufe haben in drei monaten sonst da wird der account gelöscht man kann zwar dann den account wieder neu eröffnen aber das heißt jedes mal wieder die ganzen links auswechseln für den neuen account und das erspart ihr mir dadurch dass ihr über diese links auch zwischendurch einmal was bestellt es muss ja eben wie gesagt nichts großartiges sein danke dafür dass ihr das auch tut das wollte ich auch einmal sagen und ja wünsche euch viel freude weiterhin an den videos auch wünsche ich euch alles gute jeden tag nicht nur für neujahr sondern für jeden tag und das möchte ich eben noch euch mitteilen bei diesem video und freue mich dann schon euch beim nächsten video auch wieder zu sehen bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020